Viele von uns kennen das Problem. Der Sommerurlaub steht vor der Tür und wir benötigen eine Sonnencreme. Aber welche sollen wir kaufen? Einerseits werden immer mehr Nachrichten über gesundheitliche Bedenken und schädliche Umweltauswirkungen von Sonnencreme bekannt. Andererseits sind die Alternativen klebrig, bilden einen weißen Film auf der Haut und unsere Kinder wehren sich dagegen. Lignovations ist ein Spin-off der TU Wien und hat ein natürliches, multifunktionelles Produkt aus Lignin entwickelt. Damit können Kosmetikhersteller bisher verwendete UV-Filter, Emulgatoren und Antioxidantien ersetzen. Damit kann die schädliche Auswirkung von chemischen UV-Filtern auf Umwelt und Gesundheit wesentlich reduziert werden. Unser hocheffektives Produkt ermöglicht somit eine vollkommen neue Generation an Sonnencreme und Kosmetika.